Im Auftrag der renommierten Asklepios-Kliniken hat Matatjana als Anbieter von ganzheitlichen Lösungen zur Infektionskontrolle eine neue, hochmoderne AEMP für die Asklepios-Klinik Nord in Hamburg in Betrieb genommen. Diese neue AEMP ist mit den innovativsten und modernsten automatisierten Geräten und Systemen ausgestattet. Dazu gehören sechs Reinigungs- und Desinfektionsgeräte für je 18 DIN-Siebkörbe, darunter das Matatjana-Mitmodulsystem und zwei Großraumcontainer-Reinigungs- und Desinfektionsgeräte. Im Bereich der Sterilisation stehen vier Dampfsterilisatoren für je acht Sterilguteinheiten mit automatischer Entladung sowie zwei Niedertemperatursterilisatoren jeweils mit Formaldehyd- und Wasserstoffperoxid-Technologie zur Verfügung, um alle Anforderungen an die Sterilisation von hitzeempfindlichem Sterilgut abzudecken. Als besondere Neuheit steht außerdem der neue Matatjana AL10 zur Verfügung. Ein vollständig robotisiertes System, das es ermöglicht, das Bär- und Entladen der Reinigungs- und Desinfektionsgeräte völlig autonom zu steuern. Ich bin Satnios Manchevic und bin bei den Asklepios Kliniken für den Bereich Medizinprodukteaufbereitung verantwortlich. Diese Konzeption oder diese Idee dahinter, würde ich ja sagen, passte ganz gut in unsere Zeit, da wir ein groß angelegtes Siebstandardisierungsprozess haben, der jetzt seit über zwei Jahren läuft und wir eine allgemeine Angleichung aller Siebe haben. Das heißt, wir in einem Standardisierungsprozess sind. Und dazu kommt, dass wir mit Matatjana als Partner das auch auf eine einfache standardisierte Art und Weise abbilden konnten. Je einfacher die Prozesse sind und je einfacher die Technik dahinter ist, inklusive der komplexen Logistik durch die Roboter, war unser Vorteil oder die Idee dahinter. Ganz, ganz gut. Also der Roboter ist in unserer Abteilung wirklich das Highlight. Er nimmt quasi uns die Arbeit ab, die wir eigentlich sonst manuell machen würden. Das ist natürlich eine enorme Arbeitserleichterung. Mein Name ist Christian Meister. Ich bin die Leitung der AMP in Asklepes Klinik. Die Mitarbeiter mussten für die Zeit der Umbauphase einiges an Reisetätigkeit in Kauf nehmen, um einfach die Versorgung der Klinik abzusichern über einen anderen Standort in Hamburg, was wirklich gut geklappt hat, auch von den Mitarbeitern durchgezogen. Daher hat es mich sehr gefreut, dass die Rückmeldung nach der Inbetriebnahme so positiv war. Also nicht nur dadurch, dass alles neu ist, sondern auch wirklich, dass die Mitarbeiter sehen, das bringt uns weiter. Also das ist innovativ. Es erleichtert uns die Arbeit. Die MIG-Modulsysteme zu Beginn total umständlich, aber durch eine Anlernphase wirklich positiv, weil dadurch Folgeprozesse wegfallen. Dann der Einsatz der Technik, dass man nicht jeden Meter laufen kann, dass das automatisch läuft, automatisiert. Dann die Steuerung mit den Tablets. Also etwas ganz Innovatives, dass die Mitarbeiter sich mit den Tablets auch in der Zukunft finden. Das war wirklich eine ganz positive Geschichte und wird von den Mitarbeitern dann auch so rüber gegeben. Auch mit dem Partner an der Seite, der das kann. Und da ist Mataciana zumindest bei der Robotertechnik. Auf jeden Fall war sie eine Stufe weiter als die anderen Anbieter, die auch tolle Technik haben. Aber da muss man einfach schauen, also wie ist die Zeit, wo geht die Zeit hin und wer bietet welche Produkte und wie passen die zueinander. Speziell in der Corona-Zeit ist es sehr vom Vorteil in einer Abteilung zwei unterschiedliche Niedertemperaturverfahren zu haben. Zum einen das Niedertemperaturformaldehydverfahren, als auch das H2O2-Verfahren. Bei der Organisation und bei der Umsetzung dieses Projekts war natürlich ein wichtiger Aspekt auch, dass wir technologisch ganz vorne mitspielen. Und das hat richtig Spaß gemacht in dem Projekt. Das hat uns motiviert, das hat uns geholfen, so schnell wie wir tatsächlich dann auch waren voranzukommen. Und das hilft uns heute, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter für unser Haus zu gewinnen. Das ist ein Riesenvorteil.